Oh, erst mal in den Schrank laufen. Können wir den Schrank öffnen oder so? Ne, ne? Ich glaub teilweise schon, doch. Wüsst du nicht, warum in so einem Kleiderschrank was zu essen sein soll? Ich hab euch wiedergefunden, aber ich will hier nochmal kurz raus. Das ist Reset, verdammt. Tja. Und hier gibt's was zu essen. Da ist einer. Warst du schon an dem hier drin? Ich bin hier auch noch, ne? Ah, ich glaub hier war ich auch noch drin. Jetzt haben die hier keine Küche, aber ich bin vollkommen behindert. Das... Und was man noch aufwachen könnt. Oh, na scheiße, ey. My stomach grumbles violently. Oh nein. Und I really need a drink. Alkoholiker, ey. Soll ich mal ein bisschen, ne? Soll ich mal ein bisschen zurückhalten hier? Das war ein schönes Haus. Oh nein. Ich bin so sehr schlimm. Extremly hungry. Ähh? Hm. 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 Das war ne Ente Achso, dann ist alles gut Boah, ich dachte schon Geil, du hast keine Geh-Animation Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus Wenn er so nach vorne ist Ja, ich hab ja gedacht Was? Das dachte ich auch mal Wenn fährt der Typ aber nur so nach vorne Ja Ey, da hinten ist ja Dingens Black Mountain, ja Müssen wir nur so ne Kurve machen Kommen wir direkt nach Zedeno-Gaust Lass aber hinlaufen Ey, ich hör doch hier ein Zombie Irgendwo glitscht hier glaub ich Einen zum Boden rum oder so Oh, ich dachte grad, der ist gerade in der Renée Aber das war fast geil Finde ich aber scheiße Das ist immer noch dieselben Geräusche Das ist einfach ein bisschen Ich hab den Hoodie, ne? Dann sicher Was hast du da? Das ist ein Ringmantel hat er an Sicher Das ist die Olle von eben, ey Die will ich wechseln Der Renée hat immer noch weiße Arme Ja Die müssen halt ein bisschen an die Sonne Deswegen hab ich auch kein Hoodie genommen Warum minimiert sich das Spiel? So lange sich das nur minimiert Bleibt ein Gimple jetzt eigentlich wieder hier noch? Der hortet gerade alle Dosen Nahrung oben im Norden Warte mal Ey, der spielt nicht mehr hier auf dem Server Oh nein Da wird sogar angezeigt bei mir In diesem Steam Gruppenscheiß Freunde Scheiß Da wird angezeigt, dass du ein Gamepad spielst Echt? Ja Die lieg ich aber gerade gar nicht Und er lügt mich das wohl an, ne? Das ist nur aktiviert Krass Also bei mir steht I'm starving to death Ah Geht's? Da links ist doch ne Scheune Ja Da links ist bestimmt Heu Das würde jetzt auch snacken Auch snacken? Erstmal rennen I'm extremely hungry Erstmal rennen Erstmal rennen Zwei scheuen Alter, krass, ey Doppelte Chance Hier haben wir doch mal unser Auto zusammengebaut Wir haben aber noch Firewood Unboxed of Matches, ne? Also wenn ihr ein Tier findet, ne? Gut, dass wir gerade einen Hasen stehen lassen haben Also eine Kuh mit einem Hammertod zu schlagen, nur Das stelle ich mir auch echt schwaßig vor Ich hab auch ein Äh, ne Axt So, dann können wir dir kleine Stücke hacken, bevor wir die mit dem Hammer zerschlagen Wie hier einfach mal gar nichts ist Ja Oh, warum ist denn hier nichts? Happy looting! Juuu! Oh, das ist vorhin zu spät, das kann ich mir nicht vorstellen Nee I'm dying of starvation Ja, komm wir gehen in die Stadt Da gibt's ganz viel Essen Ja Äh, verlierst du schon Power? Wo sieht man das? Weiß ich nicht Gar nicht, würd ich sagen, ne? Piscale, mach mal halblang Oh, ich würde sagen Du musst Georg retten Und den du dich selbst umbringst Es ist die Mission, die zählt Nicht mein Leben Achso Du solltest Soldat werden Vielleicht sieht man hier irgendwo ne Kuh? Hallo? Buhu! Ja Pascal, du rettest ihn echt gut Ich seh schon, wie's dir besser geht Ja Also, wie er dahinter und herkriecht I'm dying of starvation Also mein Bild ist glaube ich nicht mehr voller Farbe Süß Ah, hast du mal hinterher durchherspringen Ich will ja nicht so viel in den Abstand Ey, jetzt können wir auch sprinten, Alter Ist ehrlich Okay Du meinst Oh, ich bin gleich ohmächtig Ja, woher weißt du das? Wie tragen wir dich? Warum bin ich eigentlich immer schneller? Damit du schneller sterben kannst Ja, fast geil, das war ein guter Versuch anzuhalten Und mich dann zu überholen Das Straßengäusch klingt aber irgendwie seltsam Ja Ja Sollen wir gleich weiter in die Stadt oder wohin? Äh... Ja Ich glaub echt, bei irgendeinem Auto hat man glaub ich echt die beste Chance irgendwas zu finden, ey Wenn wir hier rechts rein, ihr guckt da hinten Ich lauf direkt in die Hauptstadt Ja, aber so weit schafft es Georg noch nicht mehr Ach klar Da ist er tot Also... Also mein Bild flimmert schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen Geht klar I'm extremely hungry Ja, geht klar Aber wann... Warum ist hier auch nicht mehr zu essen, Leute? Scheiß Ein paar mehr... Weniger Pullover und ein bisschen mehr essen, wenn's geht Ey, das wart ihr denn jetzt noch hier im Dorf? Ich bin schon durchgeprescht Okay, dann guck ich da nochmal Ich hoff direkt auf die Großstadt zu Um da mein großes Glück zu finden Ach Georg, du bist hier? Ja Ja Wollt's gefunden? Nö Da achst du dich gleich tot und dann isst er dich Ich muss grad sagen, ich muss ein von euch ein bisschen was abhacken Oh, nur ein bisschen Ey, dass hier nichts ist, ne? Dass dieses scheiß Mülltonni im Weg ist Was soll ich denn mit so vielen Häusern, wenn da nichts ist? Nichts isst Ja, das ist natürlich jetzt die Schattenseite der Sache, ne? Der Loot ist natürlich sehr breiter verteilt So, ich hab gehört, hier gibt's lauter geilen Scheiß, ey Ich sag's euch gleich, ich seh erstmal voll die Essens-Oase Wein läuft aus dem Brunnen Was für ein Brunnen? Das weiß ich nicht, aber den find ich schon Aber mein Typ kommt gar nicht mehr klar Wieso? Mein Bild ist leicht, äh Ja, weil du so lange gesprintet bist auch Echt? Wenn du lange gesprintest, dann wird dein Bild so schwammig Schwammig Hier ist ein Pullover Dann mal gleich weiter zur Stadt Was ist das? Oh, Matchbox Geben gleich zum Supermarkt Ne? Was ist das? Ne verrottete Banane Ich nehm die mal mit Hab ich immerhin was zu messen? Ja, weil ich ganz einfach mal ne verrottete Banane fressen Hab ich aber auch schon gewonnen, bin nicht dran gestorben Echt? Meinst du echt, das kann man essen? Weil ich hab bis jetzt nur verrottetes Essen gefunden Jetzt hab ich ja auch noch, was hab ich gefunden? Ne gute Kiwi! Alter! Jörg! Jörg! Jörg, du bist gerettet Aber wir müssen nur noch da hinkommen Da fuck, was ist jetzt passiert? Hä? Ähm Was ist da Hölle? Hallo? Was denn? Ich bin weggeportet und mein Schwier reagiert nicht mehr so recht Wie weggeportet? Ja weiß ich, ich war im Haus drin und dann war ich aber nicht mehr drin Und jetzt steh ich an irgendeiner Straße und kann mich nicht mehr bewegen Hä? Pascal, wo bist du denn? In der Stadt jetzt Okay, ich glaub ich muss mal Einen Logan Pascal Was denn? Ist da noch irgendwo was? Warte, wo ist denn der Super Mario? Ich hab gar nichts mehr zu trinken, das ist aber ganz schön cool Längst von der Stadt Was ist hier? Nothing Oh There's nothing on Er soll die Cola aufmachen Das ist geil Jetzt hab ich dir immer noch nicht erzählt, was ich mir zu Weihnachten gekauft hab What denn? Ne Vita Ah Ob das so sinnvoll ist? Das ist auf jeden Fall das hochwertigste Gerät, was ich hier in meinen Händen gehalten hab Leider hab ich keine Speicherkarte, deswegen kann ich darauf nichts spielen Willst du noch spielen? Gibt's doch nix Terraria gibt's dafür? Geil Und halt die Spiele, die man im PSN umsonst kriegt, die sind ja auch alle, ne? Ja Ich will mir hier gerade erzählen, dass es hier keinen Supermarkt mehr in Selenogorski gibt Oh ne Witz Aber ich hab ja auch in allen möglichen Gebäuden eben was zu essen gefunden Ah doch, da Okay Ich bin wieder irgendwo, warte mal Ich bin... Noch Militärbaracken Oh Leute, ich wurde voll weit zurückgesetzt Hast du noch deine Kiwi? Die hab ich noch Ne frische Kiwi Georg, ich bin auf dem Weg Aber ich bin selbst extremly hungry Ich überlege mal, ob ich die selber esse Bin ja nicht... Na warte, ich ess mal die verrottete Banane Was liegt hier, was liegt hier? Das klingt ja pervers, ohne Witz Was ein ekliger Typ Ja, das kann doch nicht wahr sein Hier kann doch noch nichts gespawnt sein, ganz ehrlich Kann doch nicht sein, dass im Supermarkt nichts liegt You have eaten some rotten banana Hat mir nicht wirklich geholfen, glaub ich Hä? Goddammit Warte mal den Hammer erstmal auswählen Was funktioniert In der Schule, oder was? Ich laufe mal rein Erstmal so ein bisschen buggy aber, ne? Es fehlt nicht mehr viel zu den Spielen, dann wäre das echt eigentlich ganz ziemlich geil, muss ich schon sagen Aber Sachen wär immer ganz gut Ja, jetzt muss noch ein bisschen am Loot geschraubt werden und... Da reicht eigentlich auch erstmal schon, ne? Ja... Zombies brauchen sie noch nicht unbedingt Hauptsache der Loot funktioniert Da ist ein Auto Ein kaputtes Auto Da ist die Rettung, ich weiß es doch Ich komm schon mit meiner Kiwi der Gerechtigkeit Ich laufe so schnell ich kann Ich laufe so schnell ich kann Ich laufe so schnell ich kann Da ist die Rettung und die Rettung ausmachen Ja, ich laufe so schnell ich kann Uh... Ich laufe so schnell angezogen. Ja, trotzdem spawnen hier andere Sachen. Nur kein Essen. I noticed a weird taste. Ich glaube, meine Banane war nicht ganz so gut, oder? Du, überall nur Klamotten, ey. Ich kann hier die Mülltonne aufmachen. Ich habe immerhin den Kiwi. Oh, Alter, wie gern ich die selber essen würde, ne? Oh Gott, ich habe das Spiel minimiert. Aber gut. Da liegt was. Es stürzt zumindest nicht ab. Schuhe, weil ich Schuhe auch brauche, um zu überleben. Die fress ich nämlich gleich. Jetzt mal Schuhe essen. Wo ist denn, Georg? Ich muss ihn versorgen mit meiner Kiwi des Glücks. Bin ich gerade in so einem Gebäude. Danke, bin auf dem Weg. Warte, warte, ich laufe kurz raus. Bei so einer Garagenreihe. War das bei dieser Garagenreihe? Ja. Äh. Äh. Liegt'n hier. Ach geil, was zu trinken. Erstmal wegsnacken. Ja. Hose. Hose. Habe ich auch so ein Kram noch nicht. Alter, was ist das? Ein ballistischer Helm? Okay, mitnehmen. Ja. Ah ne, äh, falsche Tasse. Eine Mütze. Ohne Spaß, mir kommt das so vor, als wenn die nur so Klamottenloot-Dinger gemacht haben. Was ist das? Was ist das? Medium-Gaskanister. B. Was ist das? Was ist das? Can't bake it beans. Ach, was. Wo bist du? Wo bist du? Hier ist ein rosaner Rucksack. Oh leu, jetzt wurde ich schon wieder zurückgesetzt. Da fuck, was ist los? Oh, jetzt kann ich mich schon wieder nicht bewegen. Ist voll asozial. Wirst du mal zurückgesetzt. Ja, verblendet. Ja, verblendet. So, Georg, wo bist du? Bist du schon wieder am Leben? Nein, ich seh gar nichts. Ich seh nur nen schwarzen Bildschirm. Ja, wo bist du denn umgekippt? In der Innenstadt? Ja, mittens. Irgendwo. Hä? Mittendrin. Warst du bei nem... Da rennt irgendwer. Please wait. Wieder rennt irgendwer. Keiner von euch, oder? Nein. Nein. Geht wieder außerhalb der Stadt jetzt. Oh oh. Was klar, das ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Weil man ein Töter ist. Ja, aber der Glebakt so dumm rum. Tötes trotzdem. Ich trinke jetzt erstmal die Soda. Ich hab dein Trinkgeräusch gehört. Wo bist du? Im Supermarkt? Nein, ich bin mega weit weg außerhalb der Stadt. Ich hab das Trinkgeräusch aber gehört. Kannst mal sehen wie geil ich trinke. Bin daran hin, weil ich grad was in echt getrunken hab. Eat. Was geil finde ich. Oder was? Ja, woher bist du denn? Und wie soll ich dich denn jetzt so schnell finden? Na ja, muss man auch mal zufrieden sein. Ich hab gegessen und getrunken. Wieso ist denn der Mann jetzt nicht zufrieden? Guck mal, ob der Typ noch da ist. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder zurückgesetzt werde. Find ich ein bisschen scheiße. Wo ist denn der Typ? Ich würd mal lieber Georg und stopf ihn irgendwas in seinen Arsch. Dann tu mal lieber Georg. Ja, ich werd auch dann wieder zurückgebuckt ey. Warum passiert eigentlich immer nur dir sowas? Weiß ich auch nicht. Ich bin halt des Todes. Ich hab es da. Das komische ist, die Sachen die ich eingesammelt hab, die hab ich aber noch. Ich hab noch meinen... Ich hab noch meinen Militärhelm auf. Hier buckt einer immer die ganze Zeit immer wieder zurück. Ja, hab ich ja auch gehabt, oder? Was? Ich hätt einen grünen Rucksack und ne... Kann sein, dass... Hast du so ne dunkle Hose an? Ich hatte so ne Militärhose an. Ja, bist du das nicht? Sicher. Aber einen grünen Rucksack und auch ein rotes Bandana. Ich glaub deine Farbe hat sie eben verändert. Ne, das bin ich mit dem grünen Rucksack, rote Bandana und schwarze Hose und braunen Hoodie. Ja, das wüsst du, aber du... Du rennst bei mir die ganze Zeit immer nur von vorne nach hinten. Ich kann dich nicht anwehren. Schlag die Tür. Doch, doch, doch jetzt. Ich lauf mal ein bisschen ne andere Route. Vielleicht liegt's daran, wo ich langgelaufen bin, was irgendwie ein bisschen unlogisch ist, aber... Naja. Wie kann ich denn noch extrem hungrig sein, wenn ich gerade ne ganze Kiwi gegessen habe? Bist du immer noch bewusstlos, Georg? Ja, ja. Hä? Dann ist das wahrscheinlich fehlhaft. Ja, vielleicht dauert das einfach nen Moment oder so. Was hast du denn jetzt mit ihm gemacht? Nichts, ich kann ihn nicht anwehren. Er läuft hier immer nur die ganze Zeit, äh, und blockt dann wieder zurück. Achso. Der ist natürlich uncool. Geht eigentlich. Ich kann ihn aber ausnehmen. Ganz? Ja. Verpass ihn mal ein mit, ähm, mit deiner Axt. Hä? Hä? Was überhaupt? Und tot. Habe ich ihm eine verpasst? Und? Hat's geholfen? Weiß er nicht. Noch eine? Hä? Ich wollte es nicht übertreiben. Wie kann ich denn verhungern? Ich habe gerade gegessen. Ein Spasti einfach nur. Das ist ein bisschen unbalanced hier, ne? I really need a drink. Ich habe gerade eine ganze Dose Wichs-Zeug getrunken, ne? Wie durstig kann ein Mensch denn sein? Nein. My mouth tastes funny. Weiß ich auch nicht. I'm extremely hungry. Der hört doch nicht auf zu jammern, ne? Das ist ja richtig penetrant. Und, René, wo bist du? Colds war der Start. Alter, der kann schon gar nicht mehr leben, der Typ. Du musst das sehen. Schlägst du die ganze Zeit auf ihn ein?